Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sibiria. Das letzte Mal haben wir den guten Oskar getroffen, der da vor uns sitzt. Ja, dem fehlt aber ein bisschen was. Äh, etwas Entscheidendes. Und zwar seine Beine. Und die müssen wir jetzt in Zusammenbauen. Ja, ich glaube da herinnen haben wir letztes Mal eh schon alles angeschaut. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Weil das war in der letzten Folge. Okay, ja und da hinten gibt es nichts mehr. Also in der letzten Aufnahmesession. Nein, ich will nicht da nach hinten. Ja, typisches Point & Click Adventure. Ich hab glaub ich kann da jetzt nach vorne gehen, aber auch das ist hinten. Da ist nix, na dann gehen wir raus. Wir haben ja noch einiges zu erkunden da in diesen... Gemäuern. So, da fehlt scheinbar auch noch was. Ich nehm mal an die Holzlieferung. Hallo. Okay, dann nicht. Dann lauf halt nicht. Dann schauen wir uns draussen nochmal um. Weil da oben waren wir schon, da drüben waren wir schon überall. Jetzt dreht sich auch das Zahnrad... äh das Zahnrad... das Wasserrad da hinten. So, na gut, dann gehen wir zum Kreisverkehr zurück. Da sind wir reingekommen, dann schauen wir uns den nächsten an. Wo man da was machen können. Auch so doll, wie sie sich wieder komplett einbremst. Okay, da ist n Hebel. Dann ziehen wir mal an dem Hebel, schauen wir mal was passiert. Okay, ich glaub das war aber auch schon alles, was wir da machen können. Dann schauen wir mal weiter. In den nächsten Bereich. Ich muss ja gestehen, ich hab das Spiel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also die Chance, dass ich mich irgendwann nicht mehr auskenne und offline mal nach der Lösung suchen muss, ist relativ hoch. Weil er die Läden. Das schaut mal sehr nach Bahnhof aus, oder? Tatsache! Der Bahnhof. Da muss ich noch nicht hin, oder? Doch, ich kann schon einstellen. Bringt halt ohne zu Lokführer nicht viel. Okay. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Da fehlt wahrscheinlich auch was. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände... Gut. Auch für Wertgegenstände und da wahrscheinlich auch ein Wertgegenstand. Oder? Dieses Regal scheint für Wertgegenstände... Mädel, du wiederholst dich. Da haben wir ein Bettchen. Das ist ja was. Das ist ja ein Riesenzug. Aber, da können wir scheinbar nichts mehr machen. Äh, so. Dann gehen wir zurück. Sollts da reingehen. Nicht der hintere. Okay. Da kommen wir auch nicht rein. Nein. Gut. Dann. Können wir da nichts machen. Ich höre da einen Pfeifen. Ähm. Okay. Können wir mal nach hinten kommen. Dann bringt der nichts mehr da. Genau. Gut. Dann schauen wir mal nach vorne. Weil ich sehe da niemanden. Der da... Da ist er höher. Da ist er. Aber ich kann ihn scheinbar nicht anreden. Aber ich kann ihn scheinbar nicht anreden. Ich kann ihn nicht anreden. Jetzt bin ich im reden. Nein. Gut. Der will scheinbar nicht mit uns reden. Da ist aber auch nichts mehr. Da sieht man jetzt nochmal den Zug. Ja wenn er nicht mit uns reden will dann halt nicht. Schauen wir mal da rauf was wir da machen können. Okay da können wir einfach nur auf die andere Seite rüber gehen. Ich verstehe. Aber ich denke der Bahnhof der wird später noch wichtig werden. Können wir da rein? Nein. Wir sind ja kein Lokführer. Okay. Da können wir mal rein. Dahin muss ich nicht. Oder auch nicht. Komm schon Frau Miss Walker. Fräulein Walker. Hat er glaube ich gesagt. Gut. Da ist also der Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Nein. Spaß. Natürlich nicht. Flachwitz. Na gut. Also dann werden wir wahrscheinlich später hin müssen wenn der Oskar komplett ist. Aber einen Abzweiger haben wir ja noch. Ui der schaut nachher ein Haus aus. Ja. Geh mal halt einfach rein. Diese Tür ist verriegelt aber ich muss da rein. Was macht man da? Schauen wir mal ob es hinten was gibt. Was interessantes. Hinterm Haus. Ne Leiter. Ne Leiter. Ne Leiter. Ich bräuchte einen Schlüssel. Ich bräuchte einen Schlüssel. Oh. 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 Ich bin im Garten. Ich bin im Garten. Seit mein Gärtnerautomateffekt ist kann ich mich vor Unkraut nicht mehr retten. Wissen Sie eigentlich was das für Arbeit macht? Man kommt zu nichts anderem. Aber es stimmt schon. In Valadiland verzichtet jeder nur ungern auf seine Automaten. Doch daran müssen wir uns jetzt gewöhnen wie es scheint. Das war jetzt ein sehr hilfreiches Gespräch. Muss ich echt sagen. Okay. Wir haben also da scheinbar so ein Labyrinth vor uns. Äh. Dem fehlt die Hälfte vom Gesicht. Auch sehr super. Na toll. Dann schauen wir mal dass man da irgendwie. reinkommen. Mal da was da ist. Na der Schlüssel war aber nicht weit entfernt. Zum Glück. Gut. Na dann. Komm man da rein. Oder sagt's da eh. Die Tür ist verschlossen. Okay. Die ist zu. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Na gut. Und ich hab jetzt schon geglaubt ich muss das ganze. Durch das ganze Labyrinth. Und den Schlüssel zu finden. Aber das war jetzt doch recht einfach. Na dann werden wir den Schlüssel gerne mal verwenden. Wie ihr seht, das Labyrinth wird gar nicht so klein gewesen. Gut. Ah. Mit rechner magst du's. Du gehst eh. Die ist ja überhaupt nicht hoch also. Ich hoffe sie hat keine Höhenangst. nicht. Aber scheinbar nicht. Ja. Bissl einbrechen. Da ist eine Kiste. Okay. Die ich mir aber nicht anschauen kann. Da ist. Licht. Ah. Mammut. Kannst du Mammut für Mumu malen? Ach. Du bist das Mumu. Du hast mich aber erschreckt. Mammut. Was willst du denn hier? Mumu will ein Bild mit Mammut. Wie von Hans. Tut mir leid, aber ich habe kein Mammutbild bei mir. Du nehmen Papier, Stift und malen Mammut für Mumu. Na. Du gibst so schnell wohl auch nicht nach. Na dann Kate, zeig mal was du kannst. Du erinnerst dich doch an mich. Ich bin Kate. Du Mammut malen für Mumu. Bitte. Du musst mich für ganz schön dreist halten, dass ich hier so ohne Erlaubnis bei fremden Leuten eindränge. Weißt du, in meiner Arbeit muss ich den Dingen manchmal ein wenig nachhelfen. Aber keine Angst. Ich bringe nichts durcheinander. Mumu, keine Angst. Anna, nie. Nie böse. Das ist sicher. Anna wird nie mehr böse werden. Das war jetzt makaber. Ich kann nicht zeichnen, Mumu. Und schon gar keine Mammuts. Mammuts malen? Ganz einfach. Kann Hans. Kann Anna. Kann Kate auch. Mal sehen. Ich könnte vielleicht eine Kiste mit einem Mammut drin malen. Nee, Mumu will echtes Mammut. Du bist ein kleiner Dickkopf. Eine Kiste mit einem Mammut drin. Das heißt, das wäre eine Kiste. Oder wie? Ich suche irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Ein Indiz. Etwas, was mich auf die Spur von Hans bringen könnte. Willst du mir nicht helfen? Du erst Mammut für Mumu malen. Wenn ich dir helfe, hilfst du mir dann auch? Hm. Mumu weiß, dass Kate lieb ist. Kate malt Mammut für Mumu. Dann Mumu Kate sein Geheimnis sagen. Du kennst ein Geheimnis, Mumu. Du erst Mammut für Mumu malen. Weißt du, ob Anna und Hans oft hier hochkamen? Mumu will Bild mit Mammut. Mumu, ich habe in der Fabrik einen merkwürdigen Typ getroffen. Eine Art Roboter namens Oskar. Er hat mir etwas von einem Zug erzählt. Hat Anna dir gesagt, wo der Zug hinfahren sollte? Chuchu! Zug! Chuchu! Schon gut, Mumu. Schon gut. Vergiss den Zug. Und was geht jetzt ohne Anna aus dir? Mumu jetzt groß. Andern wollen, dass Mumu im Gasthof leben. Aber Mumu nicht wollen. Mumu kann allein um Mumu kümmern. Hm. Davon bin ich überzeugt. Du scheinst mir ganz schön pfiffig. Das muss ja ganz schön spannend sein, in einem Dorf voller Automaten zu leben. Automatenarbeit von Hans. Schwere Arbeit. Wenn Mumu groß macht wie Hans. Automatenfreunde von Mumu. So, Anna. Sag, Mumu. Bist du oft mit Anna hier hochgekommen? Anna mag Mumu. Anna mag Hans. Anna verreist. Für immer. Du hast doch bei Anna Vorarlberg gelebt und kennst sicher all die kleinen Geheimnisse der Herstellung eines Automaten. Anna nicht wollen, dass Mumu in Fabrik kommt. Gut. Also erkennen sie nicht. Ich muss jetzt gehen Mumu. Vielleicht bis später. Gut, dann schauen wir uns da hinten jetzt nochmal um. Da hat er uns ja gestört. Ist da irgendwas? Wieso kann ich da das Licht aufdrehen, wenn da nichts ist? Okay. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Da ist also nichts. Muss ich jetzt diesem Mumu wirklich ein Bild malen? Oh je. Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Es gibt keinen, mit dem ich darüber sprechen könnte. Deshalb fange ich heute mein Tagebuch an, dem ich meinen geheimsten Gedanken anvertraue. Hans liegt im Zimmer nebenan und wir wissen nicht, ob er durchkommt. Ich habe schreckliche Angst. Erst Mama und jetzt doch noch Hans. Nein, ich will nicht, dass man mir auch noch meinen kleinen Bruder nimmt. 15. Mai 1930. Ich musste Hans schwören, dass ich das Geheimnis bewahre. Doch es lastet zu schwer auf mir. Dir, mein Tagebuch, kann ich es anvertrauen. Wir haben in den Bergen eine Höhle entdeckt. Eine wunderbare Höhle mit alten Malereien. Vielleicht von Urmenschen gemalt, denn es sind darunter auch Mammuts. Heute hasse ich die Mammuts. Sie sind schuld an allem. Diese verfluchte kleine Puppe. Warum, Hans? Warum nur musstest du sie unbedingt greifen wollen? Warum habe ich dich auf den Felsversprung klettern lassen? Es ist meine Schuld, dass du jetzt im Koma liegst. Oh, Hans. Wenn du stirbst, werde ich mir das nie verzeihen. Also da dürfte ein bisschen was Schreckliches passieren. 16. Mai 1930. Hans ist immer noch nicht zu sich gekommen. Vater schläft überhaupt nicht mehr. Gertrud weint den ganzen Tag. Im Haus ist es eisig und düster, trotz der sommerlichen Hitze draußen. Aber ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ich kenne meinen Bruder. Er wird durchkommen. Er ist ein Kämpfer Natur. 17. Mai 1930. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wieder und wieder sehe ich seinen Sturz vor mir. Seinen Kopf, wie er gegen die Felswand schlägt. Und sein kreideweißes Gesicht. Oft flüchte ich mich auf dem Dachboden. Hier zwischen all den Erinnerungen fühle ich mich wohl. 18. Mai 1930. Fünf Tage sind nun seit dem Unfall vergangen. Und Hans hat seine Augen immer noch nicht geöffnet. Ihn so liegen zu sehen ist unerträglich. Oh mein Gott, schütze meinen Bruder. Nimm mein Leben und nicht seins. Jetzt wird es aber schon ein bisschen melancholisch, liebe Anna. 19. Mai 1930. Ich fühle mich so hilflos, so allein. Am liebsten würde ich mich tief in die Arme meines Vaters verkriechen. Aber das wage ich nicht. Er ist so gefühllos. Hans, lass mich nicht allein. 20. Mai. Ohne ja. Wahrscheinlich aber noch immer 19. oder 30. Endlich. Hans ist zu sich gekommen. Hans hat die Augen geöffnet und meinen Namen gesagt. Meinen Namen. Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Ich habe Lust zu singen. Meine Freude soll an allen Straßen der Stadt wiederhallen. Danke, lieber Gott. Danke. Also, nach fünf Tagen ist er aufgewacht. 22. Mai. Es ist wunderbar. Wie... Was? Wie ist das Leben schön? Gertrud und ich berechnen beim kleinsten Anlass in wahre Lachkämpfe aus. Hans hat sein Essen heute nur so verschlungen. Ich wusste, dass er es schafft. Mein geliebter kleiner Bruder. Sogar Vater hat heute Morgen gelächelt. 25. Mai. Hans Genesung nimmt mich voll und ganz in Anspruch. Mir bleibt gerade mal die Zeit, ein paar Zeilen zu schreiben. 29. Mai. Es ist komisch. Hans spricht dauernd meinen Namen. Um zu sagen, dass er Hunger oder Durst hat. Oder um nach irgendwas zu verlangen. Er verträgt es nicht, wenn ich weggehe. Sei es auch nur für einen Augenblick. Gertrud meint, wir sollten mein Bett in sein Zimmer stellen. Damit er besser schläft. Ich hoffe, Vater hat nichts dagegen. 2. Juni 1930. Hans ist zum ersten Mal rausgegangen. Wir haben versucht, ein paar Schritte im Garten zu machen. Aber er ist noch sehr geschwächt. Der Doktor sagt, wir sollen nichts überstürzen. Und müssen Geduld haben. Das fällt mir nicht leicht. Ich wünsche mir so sehr, dass alles so wird wie früher. Sag einmal, wie viel ist denn das? 20. Juni. Jetzt ist es schon einen Monat her, dass Hans aus dem Koma erwacht ist. Er redet noch nicht viel und bewegt sich nur mühsam fort. Oft sitzt er lange nur so da, ohne etwas zu sagen. Die Augen weit geöffnet, als sei er völlig in Gedanken. Er reagiert erst, wenn ich ihn mehrmals rufe. Doch dann macht mich sein Lächeln wieder unendlich glücklich. 22. Juni. Ich musste einfach mit ihm darüber reden. Es war mir zu wichtig. Ich habe Hans nach dem Unfall in der Höhle gefragt, um zu sehen, ob er sich erinnert. Er hat nur ein Wort gesagt. Puppe. Blöd. Aber dabei haben seine Augen so merkwürdig gestrahlt, dass es mir fast schon unheimlich war. So, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. 15. September. Die Schule fängt wieder an. Zum ersten Mal gehe ich ungern wieder zur Schule. Ich habe Angst, Hans allein zu lassen. Auch wenn Gertrud sehr freundlich ist, so habe ich doch den Eindruck, dass Hans ohne mich sehr viel nervöser ist. 20. Oktober. Gestern, als ich meine Hausaufgaben machte, hat Hans sich mir so vorsichtig genähert, dass ich aufgeschreckt bin. Dann hat er einen Bleistift und ein Blatt genommen und zu meinem großen Erstaunen angefangen zu zeichnen. Es ist das erste Mal, dass Hans etwas anderes macht, als zu träumen. 28. Oktober. Die Kritzeleien von Hans werden langsam zu einer Besessenheit. Er macht den ganzen Tag nichts anderes. Ich fühle, dass Vater das aufregt. Keiner weiß, was das eigentlich soll, aber ich sehe nur zu gut, dass Hans versucht, Mammuts zu zeichnen. 16. November. Heute ist mein Geburtstag. Gertrud hat da gedacht und mir meine Lieblingskuchen gebacken. Vater ist allerdings nicht zum Essen nach Hause gekommen und Hans wollte sein Zimmer nicht verlassen. Mein schönstes Geschenk wäre, wenn Hans wieder ganz gesund werden würde. 25. Dezember. Es schneit. Herrlich. 10. Januar 1931. Der Doktor hat Hans erneut untersucht. Er erschien zufrieden. Mein kleiner Wunder scheint wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Und das ist schon wie ein kleines Wunder. Aber warum spricht er dann nicht? Warum ist er nicht mehr so lebhaft wie früher? 9. Februar. Hans hat Geburtstag. Heute wieder 11 Jahre, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er wäre um 5 Jahre jünger geworden. Okay. 24. Februar. Gerade ist der Doktor wieder gegangen. Ich habe gesehen, wie er leise mit meinem Vater geredet hat. Ihr ernster Gesicht hat und berundrückt mich. Was wollen Sie mir verheimlichen? Ich bin jetzt 15, da kann man mit mir über alles reden. Aber ich traue mich nicht, Vater danach zu fragen. Sprich, sie ist jetzt 4 Jahre älter als er. Okay. 15. März. Ich habe viel darüber nachgedacht. Hansverhalten ist nicht normal. Der Sturz und das lange Koma haben anscheinend sehr viele ernste Folgen hinterlassen, als wir zunächst angenommen haben. Oh mein Hans, was ist mir mit dir los? 4. April. Das ist ein Schmirage. Heute habe ich es erfahren. Hans wird sich körperlich und geistig nicht mehr weiterentwickeln. Ich habe meinen Vater Gertrud und den Doktor im Gespräch überrascht. Gertrud versteckte ihre Tränen hinter der Schürze. Vater hat mir mit düsterer Stimme das Wort blöd ausgesprochen. Er hat nicht das Recht, so etwas zu sagen. 13. April. Ostern. In den Ferien kann ich den ganzen Tag bei Hans sein. Ihn so gut ich kann vor der jetzt stetig schlechten Laune Vater schützen. Er kann es nicht hinnehmen, dass sein einziger Sohn für immer so sein wird. 14. April. Es ist nicht einfach das hinzunehmen, aber das ist doch nicht die Schuld von Hans. Meine vielleicht, aber nicht die von Hans. Ich weiß nicht, wie ich meinem Vater das klar machen soll. Er scheint ihn zu hassen. Es ist schrecklich. Ich fühle mich so hilflos. Sag einmal. Na Servus. So. 14. Mai 1931. Ein Jahr... Was? Ein Jahr? Ein Jahr ist es her und es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Und nichts wird besser. Weder der Zustand von Hans noch das Verhalten Vaters ihm gegenüber. 30. Mai. Vater hat eine außerordentliche Entscheidung getroffen. Er fährt mit Hans nach Paris, um neue Untersuchungen zu machen. Er sagt, dass er in dieser großen Hauptstadt wirklich kompetente Ärzte finden wird. Ich muss Hans für diese große Reise vorbereiten. 6. Juni. Noch nichts Neues von Vater und Hans, aber ich bin voller Hoffnung... Wann wird... Wann wird... Wann wird meinen kleinen Bruder heilen? Davon bin ich überzeugt. 15. Juli. Sie sind wieder zurück. Hans hat sich in meine Arme gestürzt und geweint. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu beruhigen und zum Schlafen zu bringen. Vater ist noch verschlossener als vorher. Die französischen Ärzte haben die Diagnose bestätigt. Hans wird geistig und körperlich zurückgeblieben sein. Ich bin völlig außer Fassung. 28. August. Der Sommer geht zu Ende. Es war weniger heiß als im vorigen Jahr und Hans ist schon braun gebrannt. Schön braun gebrannt. Wenn ich ihn so sehe, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass er nicht mehr so sein soll wie früher. 16. November. Vater ist immer noch genauso schweigsam und zieht sich mehr und mehr in sein Büro in der Manufaktur zurück. Weihnachten. Gertrud sagt, dass Liebe und Glaube mehr bewirken als jede Wissenschaft. Gott sei Dank, dann Liebe und Glaube mangelhaft mangelt es mir nun wirklich nicht. 12. Januar 1932. Vater hat Hans heute mit in die Manufaktur genommen. Hans war so verängstigt, dass ich sie begleiten musste. Zum Glück hat Vater nichts gesagt. Ich verstehe nicht, warum er ihn unbedingt mitnehmen wollte. 13. Januar. Heute hat Vater Hans schon wieder mit in die Manufaktur genommen. Vielleicht will er sich so zeigen, dass Hans so etwas nützlich sein kann. Das ist wahrscheinlich seine Art, gegen das Schicksal zu kämpfen. 17. Februar. Seit über einem Monat geht Hans nun mit Vater in die Manufaktur. Ich weiß nicht genau, was er dort macht, aber es scheint ihm zu gefallen. Sein Verhalten hat sich spürbar verändert. Er ist viel ausgeglichener. 14. April. Ich bin ganz gerührt. Hans hat mir ein Geschenk gemacht. Einen kleinen Automaten, ein Mammut, dessen Rüssel sich bewegt. Als Vater es gesehen hat, hat er zufrieden mit dem Kopf genickt. 20. Mai. Erst Gertrud, dein Vater. Jetzt haben wir alle unser kleines Mammut. Und sie werden immer ausgeklügelter und perfekter. Von wegen blöd, mein kleiner Bruder. Das ist aber verdammt viel zum Lesen, sag ich euch. So, da waren wir. 15. Oktober 1932. Inzwischen können die Mammuts von Hans laufen, den Rüssel heben und den Schwanz bewegen. Es ist unglaublich. Ja, und so unglaublich ist es, dass wir in der nächsten Folge weiterlesen. Würde ich mal vorschlagen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.